Die Zentrale von Distronics. Eine Firma, die mehr ist als Generalimporteur der Marke Haier. Wir haben die Firma 2009 gegründet mit dem Ziel, Haier in die Schweiz zu bringen. Haier ist die grösste Marke weltweit im Haushaltsgerätebereich. Sie machen auch Fernsehen, Haushaltsgeräte, Weinkühler zum Beispiel, Klimageräte. Das war der Grund, dass wir einem Konsument eine gute Marke präsentieren können auf dem Schweizer Markt. Das hat auch der Grund, weil Haier früher für andere Marken produziert hat, dass wir sagen können, wir verkaufen sie jetzt unter eigenen Marken. Ja, wir haben mal angefangen vor zwei Jahren mit Eigenmarken Sailor in der Schweiz. Und zwar haben wir das Gefühl, Retro-Kühler sind etwas Schönes. Es sind einfach sehr teuer in der Schweiz, auf anderen Marken vor allem. Wir haben gedacht, wir müssen etwas bringen, das jede Wohnung reinpasst, jedes Haus reinpasst und auch kostengünstig ist. Und dann haben wir angefangen, produzieren zu lassen. Wir sind sehr stolz, dass wir im Moment recht viele Marktanteile schon gewonnen haben in der Schweiz. Und immer mehr und mehr Anfragen haben. Also wir sind jetzt gerade im Moment ausverkauft. In ein, zwei Wochen haben wir wieder ein paar Container da. Also Sie sehen auch von den Farben her. Sie haben eine grosse Auswahl von Grämen, Blau, Schwarz, Grün bringen wir jetzt auch an. Und ich muss sagen, das ist wirklich die Marke, die enorm gewachsen ist in der Schweiz. Wir können Filme machen. Wir haben sehr schöne Geräte auf dem Schweizer Markt. Wir können installieren. Wir können 24 Stunden bis 48 Stunden in das Gerät heimbringen, wenn sie es bestellen. Ob es jetzt in einem Onlineshop ist oder bei einem Fachhändler von uns. Das ist kein Problem. Das können wir sofort machen. Und vor allem sind es sehr schöne Geräte, die eigentlich auch die ganze Wohnung aufwerten. Und die Qualität ist natürlich sehr gut. Doch ein Produkt ist immer nur so gut wie der Service, der mit ihm verbunden ist. Die Hire-Geräte von Distronics können innerhalb eines Tages von zwei Lagerhäusern aus in die ganze Schweiz geliefert werden. Distronics hat insgesamt drei Service-Center. Sollte mal der Telefonsupport der Firma nicht ausreichen, können die Monteure bei Problemen auch kurzfristig und direkt vor Ort helfen. Sogar im Rahmen eines Notfall-Services. Was ist das Problem an dieser Maschine? Ich habe immer das LO2 auf dem Display. Und Distronics hat noch mehr zu bieten. Je nach Bedarf bauen die Mitarbeiter der Firma die Geräte auf, schulen die Kunden am Gerät und, wenn nötig, nehmen sie das Altgerät auch gleich mit. Jetzt ist alles okay? Nein, wunderschön. Danke vielmals. Ja, wie Sie wissen, das ist eigentlich unser Hauptgeschäft, das ist Haier. Das ist auch unsere Hauptmarke. Aber wir sind immer mehr und mehr von den Leuten angefragt worden wegen Sicherheit. Eben gerade so in Dunkelheit, jetzt im Winter, wo eingebrochen wird. Und wir haben uns überlegt, was können wir dagegen machen, was können wir auf den Markt bringen, die zusätzlich auch noch zu Haier passt. Wir haben dann eine Marke gefunden, die Marke Taurus, die wir jetzt im Fachhandel wie auch in einem grossen Retail verkaufen, wo die Leute auch für günstige Jahre posten können und das selber installieren können. Wenn sie nicht selber installieren können, können wir in der ganzen Schweiz natürlich die Almalagen auch installieren. Das ist kein Problem für uns. Ein klarer Vorteil an diesem Gerät ist, es ist kabellos, funktioniert alles über Funk. Das heisst, sie müssen keine lastige Kabel verlegen, vor allem auch teure Kabel. Ja, das Entscheidende ist eigentlich, dass die Leute mehr Elektronik wollen. Also sie können mit dem Handy, Apps zum Beispiel runterladen können, das Gerät steuern, sie haben grössere Displays, auch für ältere Leute geeignet zum Beispiel, dass sie ihre Knöpfe drücken können und solche Sachen. Das ist eigentlich der Trend im Moment, wo es ist. Und was auch mehr kommt, ist natürlich auch Apps, wo man zum Beispiel sieht, was hat man im Kühlschrank drin, was fehlt, was muss man geposten, all diese Sachen, das kommt natürlich jetzt auf den Markt.